Das ist der Big Boy von Märklin in der Spur 1. Ein Gigant, der mir ein wenig die Sinne vernebelt hat. Und das ist Rüdiger Haller, der den Big Boy steuert. Liebe Freunde, mir ist ein Riesenfehler unterlaufen. Und ich muss mich ganz herzlich entschuldigen bei Rüdiger Haller. Rüdiger, Entschuldigung. Entschuldigung. Du heißt Rüdiger und nicht Jürgen. Tut mir leid, dass ich das verwechselt habe. Verzeih mir, du darfst auf meine Kosten heute trinken. Es ist nur peinlich, wenn man Namen verwechselt. Aber das passiert im Eifer des Gefechts. Und ich sage noch mal ganz arg Entschuldigung, lieber Rüdiger Haller.